Ah, Gentlemen and Ladies. Willkommen noch einmal zurück zu Forza Motorsport 5. Wenn ich so weitermache, habe ich die 100 Folgen dann doch irgendwann voll. Es fehlen noch so ein paar Sachen in dem Spiel. Karrieretechnik ist alles durch. Ich habe gerade die 20 Rivalen geschlagen. Na gut, hätte es sich nicht gelohnt, da irgendwie ein Video daraus zu machen, wenn ich da ein paar Mal im Kreis fahre und jedes Mal ein bisschen weniger vom Gas gehe. Ich habe mir dann aufgeschrieben. Also wir müssen folgendes tun. Ich habe mal die Auto-Level rausgelassen, weil das ist klar. Wir müssen noch ein Rennen fahren, zwei Rennen fahren, eine ganze Serie fahren, noch ein Rennen fahren und wir fangen mal mit einem Auto an, was ich gerade schon gefahren bin. Das kenne ich nämlich schon. Wir machen jetzt unsere eigenen Rennen. Oh, das kann man kombinieren. Warte mal. Oh, das kann man kombinieren. Ein Regenrennen erstellen im freien Spiel und fahren, nicht gewinnen. Ein Rennen auf Zeit im freien Spiel gewinnen. Und einen Cadillac, also ein Rennen beenden mit einem Cadillac auf Le Mans gesandt. Das heißt, man kann doch jetzt hier wunderbar ins freie Spiel gehen. So, und dann erweitert. Und dann kann man hier unzählig viel einstellen. So, wir wollen den Cadillac, den gelben. Oder da, den möchte ich fahren. Sprunze, Rennen auf Zeit. Rennlänge ist beliebig. Das stelle ich gleich noch ein. Und jetzt Le Manse. Da, Le Mans. Und dann Gesamtstrecke. Das ist mit den Schikanen, leider. Den Renntimer, was brauchen wir für eine Runde? So vier Minuten, drei Minuten. Also zwischen drei und vier Minuten. Das heißt, das werden bei zehn Minuten so um die drei Rennen nochmal schönes 15 Minuten Rennen, würde ich sagen. Dann kriegen wir schön auch... Alter, die Maus, die spackt gerade komplett rum hier in dem... Okay. Die Maus mag ganz komische Sachen. 15 Minuten. Zeit, Fortschritt, Fliegen. Bla, bla. Wetter ist... Wie wäre es denn mit einem Regensturm? Wobei ist eigentlich egal, wir können auch Nieselregen machen. Ein schöner Nieselregen. Die dynamischen Reifenspuren machen wir aus. Reifenspuren zu gebilden, machen wir mal. Setzen Sie die anfänglichen dynamischen Reifenspuren auf einen Wert zwischen 0 und 100%. Je höher der Wert, desto mehr beeinflussen die Reifenspuren während des Rennens den Grip. Die Strecke ist nass, frisch, grün. Och, nö. Ah, er hat es gespeichert. Oh Gott sei Dank. Ah, schön. Ich bin auf die rechte Maustaste wieder gekommen. Ich wollte auf 0 stellen. So, schön rutscht. Driver Anteil 23. Designs 1. Driver Schwierigkeit. Boah. Da ich... Muss ich gewinnen? Rennen auf Zeit gewinnen. Das muss ich gewinnen. Das Regenrennen muss ich nicht gewinnen. Und das mit dem Cadillac hier auf Le Mans muss ich nicht gewinnen. Aber... Äh... Das muss ich gewinnen. Äh... Ah, schauen wir mal. Fällt es nicht, fahren wir es nochmal. Ist ja auch egal. So, Autos. Ja, das bleibt so wie es ist. Da stelle ich nichts ein. Da kann man viel einstellen. Regeln, Expertenregeln. Äh... Schauen wir alles an. Rennstarttyp Rang. Äh, I. Aufsteigende... Äh... Man kann hier einiges einstellen. Aber man kann kein Qualifyen auswählen. Auch hier nicht. Das ist echt belastend. Ja gut. Sollte passen. Aus, aus. Fliegend. Ja, fliegen ist okay. Nach Li ist auch okay. Ja, unser erstes eigenes Rennen. Ja, es geht um... Um nichts. Doch, es geht jetzt um drei Achievements. Um ganze drei Achievements, die ich auf einmal hinkriegen könnte. Äh... Da kann man auch gar kein Training fahren. Oh, das ist... Spannend. Aber ich könnte mein Auto jetzt hier noch upgraden. Ha! Das geht nämlich. So. Das muss ich auch machen, weil ich habe was vergessen. Und zwar... Äh... Ja, ich würde gerne mit ein bisschen Abtrieb fahren. So. Und ich glaube, leistungstechnisch kann ich an der Kiste nichts mehr machen. Das hatte ich schon erledigt vorhin. Ich habe zwar 900 Punkte, aber die Luftzufuhr ist drin. Hier der Ballast... Ja, die Reifenmischung... Nee, ist... Und dann nur noch Felgen. Das war's. Ergo. Let's start the race. 15 Minuten. Hör dazu. Vier Hunden. Locker. Hat das Ding überhaupt so viel Sprit? Haben wir jetzt die Nastreifen drauf? Habe ich es nicht drauf geachtet? Wäre natürlich peinlich, wenn... Wenn nicht. Ich habe Medium-Reifen drauf. What the... Ja, moin. Alter, sind die hier aggro. Also das war ja jetzt schon mal ein Gerümpel. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, ob ich überhaupt eine Chance habe. Ja, der Wagen ist deutlich schneller. Oh Gott. Aber die sind schon ultra weit weg. Guck dir das mal an. Neun? Zehn Sekunden? Der lenkt überhaupt nicht ein. Zehn Koma sieben. Gar keine Chance. Butt. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Ich überlege gerade, ob ich das nochmal neu starte und die KI was runter stelle, weil da habe ich gar keine Chance gegeben. Wir starten erstmal neu, das macht keinen Sinn. Neustart bringt nichts, ne? Neustart. Ich drücke mal auf Neustart und mal sehen, was passiert. Da müsste ich eigentlich direkt an diesen Anfangsbild schon kommen, aber da kann ich die Schwierigkeit nicht verstellen. Also die ersten ziehen mir gerade nur was weg, da brauche ich gar nicht weiterfahren. Und das Ding lenkt in den Kurven überhaupt nicht ein, das ist echt grausam. Gut, dass ich den auch nur im Oval getestet habe, das ist richtig gut. Wo man nicht lenken muss oder kaum. Schwierigkeit, ah ja, ich kann es einstellen, okay. Mich würde mal interessieren, was da alles mitfährt. Akura! Äh, ich glaube die sind ein bisschen schneller als ich. 182, jo. Ähm. Ich probiere es mal aus. Achso, Kraftstoff. 8 Runden. 3,30. Ja, okay, das ist Quatsch. Ne, ne, da mache ich keine Experimente. Aber tatsächlich die Schwierigkeit, wenigstens um 1 runter. Okay. Oh, die kann, ah, die kann man hier stufenlos verstellen. Ich gehe mal mit 6. Ich meine, die Kohle ist sowieso egal und Karriere ist es auch nicht mehr. Also kann man ruhig mal was experimentieren. Ich dachte, man kann nur 1 bis 8 jeweils feste Stufen einstellen, aber du kannst Zwischenstufen machen. Das ist interessant. Braucht kein Mensch, aber das ist interessant. Ja, das ist interessant. davor sind schon wieder weg ich habe eine 30 meter strafe nicht sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube die Schwierigkeit ist zu niedrig Oder das liegt jetzt an den Reifen Wobei ehrlich gesagt kein Unterschied Werke zwischen den Medium Slicks Und den Full Reds Hier sind die deutlich stärker Da haben die wahrscheinlich mehr Aero Hier komme ich überhaupt nicht rum Boah, da kommt nirgends wo rum die Kiste Nein, nein, nein Ernsthaft Weil die Karre ist Ich kann nicht einschalten, warum Ich weiß gar nicht, ob ich jemals die Zurückspulfunktionen im Spiel verwendet habe Ich weiß gar nicht, ob ich jemals die Jur divisions verwendet habe Ich bin hier, ich bin hier Nein, 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 nein Ich bin hier, ich bin hier Ah, der Wagen kommt viel besser in den Kurven rum. Ist ja der Wahnsinn. Ja, genau. Zehn Meter Strafe. Ja, kann ich mit leben. 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 das ist echt räudig programmiert von vorne bis hinten wenn er durch ist wenn er weg ist wenn er deinstalliert ist jetzt geht es weiter jetzt geht es wieder schnell da ich bin da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott. Jetzt brauche ich langsam eine Idee. Toll, das hat mir jetzt so viel Zeit gekostet, dass der da vorne weg ist. Soll ich jetzt so viel Zeit, dass der da vorne weg ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schatz! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weiter, wir fahren nicht auf Catalonia und wir fahren auch nicht mehr mit diesem Auto.